Ja, Freunde, was geht? Whitey und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Skill-Video heute, Freunde. Ja, eigentlich brauche ich das jetzt nicht großartig ankündigen, ja, Freunde. Es gibt Dr. Crancase, eigentlich wollte ich euch sagen, es gibt ja diese... Die Leute, die Trap-Team gespielt haben, wissen es, Freunde. Es gibt diese vier, fünf, diese Kult-Schurken, würde ich jetzt mal einfach mal behaupten, ja. Es gibt ja... Also in meinen Augen gab es Schurken, die haben mehr herausgestochen als andere, sag ich mal. Ja, durch Präsenz in der Story selber. Und da gab es diese vier, fünf Schurken. Darunter gehörte auch Dr. Crancase, muss ich sagen. Und die anderen waren zum einen Wolfgang gewesen, Golden Queen, das war der Schompi-Magier gewesen. Und der Chef Pepperjack, für die Leute, die ihn nicht kennen, das war so ein Koch gewesen, sah aus wie eine Pepperoni. Ein Koch, sehr, sehr stark gewesen in Trap-Team, muss ich wirklich sagen. Den gibt es ja leider nicht als Figur, was ich wirklich nicht verstehe. Den hätte man gut als Bazooka machen können. Gut, okay, Freunde. Kann man im Endeffekt sowieso nicht ändern, ja. Aber Dr. Crancase gibt es und damals fand ich persönlich Dr. Crancase schon extrem schwach. Ja, habe ich nie gerne mitgespielt, nie oft mitgespielt. Ähm, dennoch habe ich ihn, Freunde, dennoch habe ich ihn, weil er momentan der einzige, ist das richtig? Der ein, nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches sage. Genau, das ist momentan der einzige Technologie-Skylender, der frei verkäuflich ist. Ja, Dr. Neo Cortex gibt es ja leider nur in der Crash Edition. Und die anderen beiden, hier Shane Reaction und Robo, die gibt es ja noch nicht. Also, um ins Element reich zu kommen von Technologie, musste ich mir einen kaufen. Und das war im Endeffekt dann Dr. Crancase gewesen. Ja, ich konnte es ja nicht ändern. Ähm, ich persönlich hätte ihn aber sonst nicht gekauft, weil ich persönlich bin einer, ich halte nicht viel von Dr. Crancase. Ähm, andere wiederum feiern ihn brutals übelst, was alles okay ist, ja. Ich verurteile da überhaupt keinen. Ähm, genauso ist es ja bei mir mit Jetwag und mit Gilgrunt. Ja, andere Leute, die feiern die übelst. Und ich denke mir so, Leute, alter, weg mit denen. Brauche ich nicht. Weißt du, wie ich meine? Activision. Lasst mich endlich mit den Skullinand in Ruhe. Aber egal, Freunde, dennoch gucken wir uns heute Dr. Crancase mal an. Da ich ihn ja schon habe, werden wir ihn auch skillen. Den Seelenstein haben wir ja schon geholt. Und, ähm, wir fangen einfach mal mit den ersten beiden Angriffen an, Freunde. Das ist einmal die, das ist auf einmal die Schmierenschleudern und Wirbeldoktor, Freunde. Einmal, ähm, Viereck, um Schmierkleckse zu verschießen und Kreis, um deine Gegnerwirbelt anzugreifen. Ja, das Ganze sieht folgendermaßen aus, Freunde. Hier haben wir diese Schmiere. Da seht ihr die, die bleibt sogar noch ein paar Sekunden am Boden. Ähm, ja, und hier haben wir dann halt diesen, ähm, Drehangriff. Den gab es auch schon, ja, den hier und den hat, sind diese, die gab es auch schon bei Trap-Team. Ja, also die Leute, die Trap-Team gespielt haben, wissen es auf jeden Fall. So, Freunde, wir schauen uns einmal den Schaden an. Hier haben wir 19 Schadenspunkte. Okay, warte mal kurz, kann sein, dass das, ähm, wieder, ja, natürlich auf Anfänger. Entschuldigung, meine Tochter hat gespielt. So, also 19 Schadenspunkte haben wir hier, Freunde. Das könnt ihr sehen, ja, ist ein Quick-Shotter außerdem. Und hier haben wir dann halt 10. Also das ist schon wirklich, ähm, ja, das ist schon wirklich schlecht, muss ich sagen. Ja, kann man mal wirklich, ja, nichts anderes zu sagen. 10 und 19 ist auf jeden Fall, ähm, nicht gut. Ja, auf jeden Fall nicht. Also da gibt es definitiv stärkere. Aber, Freunde, wir sind ja hier, um den guten Donk da zu skillen, ja, zu verbessern. Und das werden wir jetzt tun, Freunde. Also mit den Hut-Bots drücke Dreieck, um Hut-Bots zu werfen, die für dich kämpfen. Okay, Freunde, das ist die dritte Attacke, die der Doktor lernen kann. Und das Ganze sieht folgendermaßen aus. Mal gucken. Ah, okay, die drehen sich. Aber ihr seht, die sind genauso doof wie der Doktor. Zieht 15 Schadenspunkte ab. Und wir können auch nur ein Hut-Bot am Anfang rufen. Mal gucken, wie sich das später ändern wird. Okay, was kam denn da zum Schluss? Was kam denn da zum Schluss? 64 oder was war das? Auf jeden Fall explodieren die. Gott, sind die dumm, ey. Was soll ich sagen? Ich liebe meinen Job. Ja, 64 Schadenspunkte, Freunde. Und ihr seht, die sind danach noch verwirrt. Okay, das ist auf jeden Fall nicht schlecht, würde ich sagen. Ja, kann man definitiv so stehen lassen. So. Danach, Freunde, kommt... ...Matschpunkt. Wirbel in Schmierpfützen, sodass sie Spritzen und Schaden verursachen. Okay, das ist das, was ich gerade sagte, dass hier diese Schmierpfützen sind. Ah, okay, cool. Sehr lustig. Mein Gott. Das erst mal zu koordinieren. Natürlich nicht so einfach. Das sieht aus nach 51 Schadenspunkten, Freunde. Das sieht nach 51 einmalig aus. Ja, so sieht es auch aus. Also, wenn wir da drin rumwirbeln, zieht das 51 Schadenspunkte ab. Und ich frage mich, wieso? Weil, ähm, ja. Wenn wir so Volltreffer die Schmier draufknallen, zieht es nur 19 ab. Und wenn wir da drin rumplanschen, wie so ein suhlendes Schwein, zieht es 51 ab. Okay. Ich bin da absolut mit zufrieden. Okay. Weil dafür brauchten wir keinen Weg auswählen. Ist alles okay. Alles okay. Und die Schmiere, die liegt ja sowieso die ganze Zeit rum. Also, 51 Schadenspunkte. Bin ich auf jeden Fall mit zufrieden, muss ich sagen. So. Ganz aufgewirbelt. Wirbel gegen Hutbots, um ihren Suchen- und Zerstörm-Modus zu aktivieren. Ja, sehr gut. Und das werden wir uns anschauen. Komm mal her. Ja, okay. Gleicher Schaden, Freunde. Ne, gleicher Schaden, wie ihr sehen konntet. Also, da hat sich nichts geändert. Mhm. Okay, also. Freunde, es hat sich doch was geändert. So, normal zieht der Hut ja 15 ab, wie ihr das hier sehen könnt. So, und wenn wir den aber dann anwirbeln, dann kriegt er da diesen komischen Modus da. Und dann dreht er voll am Rad. Das zieht 51 ab. Explosion bleibt bei 64. Bin ich auf jeden Fall mit zufrieden. Also, passt auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. So, alles klar. Darauf habe ich nur gewartet. Jetzt können wir drei Hutbots gleichzeitig rufen. Wir haben nur gewartet, bis, ähm, ja, bis er endlich kommt mit der, mit der Attacke hier. Darauf habe ich nur gewartet. Weil ein Hutbott ist schon wirklich sehr, sehr wenig gewesen. Und deswegen, drei Hutbots geht auf jeden Fall klar. So, Freunde, jetzt geht ab. Also, oben haben wir echt ätzend Schmierpfützen. Fühlen gehe ich da Schaden zu? Okay. Dann haben wir Riesenschmierschleuder, schießen größere Kleckse, die zu größeren Pfützen werden. Vom Regen in die Schmiere. Wenn du in Schmierpfützen wirbelst, entsteht ein Regen aus Schmierklecksen. Ja, super. Nichts verbessert hier unseren Schuss mit 19. Das ist schlecht. So, Hutbottchaos, wirft drei Hutbots gleichzeitig, erhöht die maximale Anzahl der Hutbots auf sechs. Also, dann brauchen wir nur noch zweimal werfen, statt dreimal, ne? Das ist richtig und haben dann sechs. Das ist nicht schlecht. Schmierebots, wenn Hutbots enden, explodieren sie und hinterlassen eine Schmierpfütze. Das ist gut. Schmier zu glauben. Hutbots, die mit Schmieren in Berührung kommen, wären extra stark. Ja, dann ist schon mal klar, auf was wir skillen. Das ist nämlich der Bot-Gott. Der obere Weg, der bringt's nicht. Tut mir leid. Ich hab jetzt wirklich die Hoffnung gehabt, dass wir einen Weg haben, wo wir dann wirklich auf die Knarre skillen können. Weil, was soll ich mit 18 Schadenspunkten, Alter? Allein das Wirbeln wird hier nicht verbessert, Freunde. Ja, das bleibt auch noch bei zehn. Also, das ist, das ist, das ist, ne, tut mir leid. Also, da sehe ich gar keinen Sinn drin, muss ich sagen. So, Freunde, da haben wir drei und da haben wir sechs. So läuft's. Sollen die Gichter mal alle kommen hier? Ja, das sieht doch schon mal nach was aus, oder, Freunde? Das sieht doch schon mal nach was aus. Ja, kleine Helfer hier am Start, die danach auch noch verwirrt sind. Das finde ich doch mal cool. Das finde ich doch mal cool. Endlich mal. Okay, jetzt geht's los, Freunde. So, wenn Hutbots N explodieren sollen, hinterlassen eine Schmierpfütze. Das ist geil, weil dann können wir in dieser Schmierpfütze, können wir ja dann auch, ähm, ja, reinwirbeln hier so. Da ist die Schmierpfütze. Dann können wir da auch noch reinwirbeln und dann wirbelt hier alles auf, Freunde. Okay, das ist nicht verkehrt. Das ist nicht verkehrt. Cool. Dann haben wir ja alles voller Schmierpfützen. Okay, damit kann ich auf jeden Fall leben. So, und jetzt sind wir ja mal gespannt, Freunde. Jetzt sind wir ja mal gespannt, wie stark werden die? Okay, 27 Schadenspunkte, Freunde. 27 Schadenspunkte. Ja. Ja. Aber das Ganze wollen wir natürlich auch anders testen. Das Ganze wollen wir auch anders testen, so. Und jetzt. 91, Freunde. 91. Geil. Und 89. Hammer, oder? Das heißt, das heißt, wir rufen hier die Bots, Freunde, ja. Schmieren die hier mit Schmiere dicht. Und dann, wenn die Gegner da sind, dann rennen wir einfach einmal rein. Und dann. 91 Schadens. Verdammt. Alter, 91 Schadenspunkte bei den Wirbeln alleine. Das ist gut. Das ist richtig gut. Da, da wirrungen wieder rein. Na, guck mal. Baa, 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 die können gar nichts mehr machen. Die können gar nichts mehr machen. Geil, geil. Da wieder. Mega. Mega. Das ist doch mal gut. Ein sehr cooler Weg auf jeden Fall. Also, hätte ich nicht gedacht, dass die Bots doch nochmal so stark werden. Muss man mal echt sagen. Cool. Finde ich mega. Auf jeden Fall. Finde ich sehr, sehr cool. Auf jeden Fall. Cool. So, Freunde. Rundumschleim. Haltefähig, um einen gewaltigen Schmierschuss aufzuladen. Das kaufen wir natürlich, Freunde, für 4000. Das ist die Seelensteinfähigkeit von unserem guten Doki. Sieht folgendermaßen aus. Wir können danach auch nicht mal so schnell laufen. Auf jeden Fall sind wir jetzt aufgeladen. Lassen los. 159er Schaden. Müsst ihr natürlich mal gucken, wie lange laden wir auf. So eine gute Sekunde. Ja, eine Sekunde laden wir auf. Damit kann ich auf jeden Fall leben, muss ich sagen. Also, ich habe jetzt gedacht, der Weg ist so zwei, drei Sekunden auf. Aber nein, Freunde, eine Sekunde. Dann können wir das ganze Ding sofort wieder loslassen und können schön den Gichter damit einpanten. Gut. So. Und dann haben wir natürlich noch die Sky-Ski-Fähigkeit. Und zwar die schmierige Schüsse. Der ultimative Sensei-Angriff. Schauen wir uns natürlich auch an, Freunde. mit voller Angriffsstärke der, beziehungsweise mit vollen Gegnern. Hier, also. Mehrfacher 19er Schaden, wie ihr sehen könnt. Und zum Schluss die Explosion mit 318 Schadenspunkten. Und die Sky-Ski sind ja sowieso eigentlich sehr, sehr stark. Deswegen kann ich da auf jeden Fall mit leben. Ja gut, Freunde. Das war es auch schon mit Dr. Quenkes. Wie gesagt, ich bin ja ein wenig enttäuscht, dass das einfach nicht geskillt wurde. Weil im Endeffekt, Freunde, ja. Wir haben immer noch hier 19 Schadenspunkte, was absolut nicht stark ist. Das muss man mal wirklich einfach mal so stehen lassen. Ja, das ist einfach so. Der ist einfach nicht stark. Und das hier zieht nur noch, das zieht hier, zieht nur 10 ab. Gut, wenn wir durch die Pfütze ballern, zieht es 51 ab. Aber im Endeffekt müssen wir erstmal eine Pfütze damit machen. Wisst ihr, wie ich meine? Dr. Quenkes ist absolut nicht mein Favorit, wie ihr das merken könnt. Und das wird auch nach diesem Skill wieder so bleiben. Ich bin sehr gespannt auf Robo und auf ja, Shane Reaction, wie diese Skyliner so werden. In dem Sinne, Freunde, ich bin raus. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abo da lasst, um keine Folge mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Also habt noch einen schönen Tag. Vielen Dank, haut rein, Freunde. Und Peace. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.